Die Frage ist halt, was machen wir jetzt halt ohne Zucker? Wollen wir jetzt halt... Keine Ahnung... Ich hab'n Namen gesehen! Yo, yo Leute! Willkommen zu der fünften Folge von The War! Hier mit Flan, Flo und äh... Äh, äh, Lama, sorry. Hi! Hallo! Oh, von der Aufnahme hat sie erst ein paar Sekunden gelegt. Ich glaub, man sieht nicht wie auf dem Server joinen, aber ich hoffe, das ist okay. Okay, das sieht... Ja, gut. Haft, wir gehen sonst Projekte durch. Was war das gerade? Uff, 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 uff. Ja, sorry Leute, wenn... Äh, erst ein paar Sekunden der Aufnahme fehlt, weil... Er hat gelegt. Also wirklich, nur so... Oh, Freddy RIP. Ey, wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt weiter. Weiter, weiter, weiter. Ach du Scheiße, es sind ja viele Creeper. Einfach weiter im Kreis. Creeper, Creeper, ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf durch. Ich weiß, ich lauf, ich lauf einfach vorwärts. Das Ding explodiert gleich. Lass links laufen, mach so. Es lag, es lag, es lag, es lag. Ja. Die ist lag. Was? Lass essen mit den Leute. Essen mit den Leute. Ja, ich, ich hab gerade RISKY-FRISKY-JUMP gemacht. Uff, hab's gesehen. Oh mein Gott. Hier ist es scharf. Hier liegen überall Pfeile, Flan. Irgendjemand muss... Glättere. Na, die letzte sind verreckt. Ja, eben. Deswegen ja. Die ist noch ein bisschen food. Das ist gut. Ja, ich hol die Kühe hier. Ja, wir sind alle relativ aufgespielt. Ich bin an Border Border. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also... Ich weiß. Okay. Schon mal essen ein bisschen. Ich sammle auch grad scharfer. Die müssen ja beraten. Ich mach's ja nicht mit Lava an. Das ist mir zu RISKY. Die verbrennen wir sonst eh. Hier ist ein Pferd. Also ihr habt mir erst mal aus den Augen verloren, glaube ich. Ja, also ich seh... Lauf einfach die Beutel entlang. Lauf einfach die Beutel entlang. Uff. Der Pferde? Wir brauchen kein Leder mehr. Hier ist ein Flint. Ich hab 13 Leder. Ich hab auch genug. Ich hab zwölf. Das sind Knochen. Ich hab auch zwölf Gold übrigens. Ich hab Lava, du lässt das ganze Fleisch liegen, ne? Ja. Echt? Ich hab das alles aufgesammelt. Also, ich hab euch echt verloren. Ihr seid grad an der Border. Kann das sein? Ja, komm mal. Ähm. Plus 60. Plus 230. Ohoho. Ach, da seh ich. Da seh ich euch. Ja. Easy. Leute. Seid ihr noch weiter gelaufen? Ja, ne? Ja, ich bin irgendwo anders schon wieder. Ja, komm mal wieder zu. Ich glaub, ich seh den Namen. Oh, das Flo. Oh mein Gott, Flo. Oh mein Gott. Ja, ich such Zuckerrohr. Perfekt. Ich hab keinen gebraten. Fuck, fuck, fuck. Okay, dann lass braten. Nein, warte, warte, warte. Pass auf. Das Skelett, das Skelett, das Skelett. Habe ich, habe ich, habe ich. Vorsicht, Alter. Ich bin einfach weg wie so ein Spasti, vor allem, was ich seh. Warst du hier? Warst du hier? Den seh ich schon? Du schon? Ich kann echt diesmal wieder Zuckerrohr finden. Müssen wir echt wen fighten? Wir müssen ein Ding. Wir müssen ein Ding. Nilof und so ein Ding. So ein Ding, alter. Lila. Weiten. Ich bin echt schon Bock drauf. Okay, ich bin da bei euch jetzt. Ich frag mal. Tiger Kuhn wollte. Tiger Kuhn wollte. Aber der ist doch im... Warte. Ja, der ist in dem Team. Oh, scheiße. Serien. War nicht gut. Ja, ich hab's gemerkt. Die wollen nicht. Ich frag mal an. Kann sein, dass er jetzt so auf uns rauf geht, aber keine Ahnung. Ich hab halt nen Bogen mit neun Pfeilen. Nein. Das ist bestimmt ein 30es Zuckerrohr hinter der Borde. Ich dachte, die wollen kämpfen. War nicht. Ja, er hat Trump trolled. Warte auf Toms Antwort. Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, ich seh's. Es ist nicht außerhalb. Oh, wir haben gewonnen, Alter. Nein, das ist außerhalb. Nein. 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 Nein, so ein Block. Da hinten ist... Da hinten ist auch so drei Stangen auch hinter der Borde. Oh. Kann ich nicht hier durchlaufen, ohne mich zu drehen? Ne. Nein. 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 Nein, komm, du kannst es gar nicht durch. Pass auf. Loch. Loch, ja. Ach, scheiße. Das ist fucking... Ah. Hey, ist kein Zuckerrohr mehr. Ich sag's euch. Wir müssen gleich mal mobile Öfen aufstellen. Ich hab... Äh... 8 dabei. Ja, dann... Ich hab wirklich einen Fuß mehr. Aber ich hab richtig viel gebraten. Time to strike. Okay, die haben grad wahrscheinlich Dier-Schwerter gebaut. Kann das sein? Steinschwerter geht das eigentlich, oder? Ja, es geht auch mit Holzschwertern. Leder. Hier steht ein Block, ein Koppel. Der kam nicht von mir. Also könnte sein, dass die Leute waren, Leute. Ich hab kein Zuckerrohr, jetzt. Ey, wartet mal auf mich. Ihr seid jetzt uploaden. Der hat mir ein bisschen Leder besorgt. Okay. Ja, Leder haben wir mehr als genug eigentlich. Vier noch. Ich hab nämlich fast kein Essen mehr. Ne, ich hab auch nur noch eine gebraten. Das ist doch eine Kuh. Nimm sie mit. Ah ja, genau. Was hab ich da in den Berg gesehen? Oh, ich hab Hunger. Wir sollten mal Öfen aufstellen. Ja, dann lass jetzt Öfen aufstellen. Ich bin ein bisschen weiter hinter euch. Ja, dann lass uns jetzt die Warten Öfen aufstellen. Ah ja. Leute, warte noch. Lass uns Öfen aufstellen. Ich hab die Öfen. Ein paar davon. Ich kann nicht rennen. Ich kümmer die Kuh kurz. Die haben wir hier. Ja, weil ich hab mein Schwert getroppt. Okay, Kohle hab ich auch. Oh, danke. Ja, ich packe auch mal ein bisschen was rein. Ich hab... Ja, komm. Mach mir Holz. Zack. Ja, Paul. Ich hau auch noch einfach. Ich gönne einfach mal. So, komm. Zack, zack. Wir waren halt echt zu, Kura, Mann. Uff. Als ob es außerhalb der Borde war. So alle richtig unlucky einfach. Ja, ich hab auch so... ...drei, vier Stangen voll lange... Stangen, Alter. ...gesehen. Ja. Ja. Okay. Du sie brauchst. Jo. Ich sag dazu nicht nein. Okay, gut. Oh Gott. Ich bin wieder angespannt, ist. Aber schade, dass sie auch nicht fighten wollen. Damit hätte ich jetzt echt gerechnet, dass Tom so sagt. Ja, komm Yolo. Ich steck mal schnell die Maus ein und aus. Ja, lol. Wir sind wieder da, wo wir vorhin weggegangen sind. Ja. Ja, ist grad sogar noch mehr. Ja. Wir müssen fighten. Da haben wir ja nachgeguckt. Da ist ja nichts mehr. Ja, das Ding ist halt... Das machen wir jetzt. Geben wir jetzt mal runter. Und sagen wir, okay. Wir meinen es jetzt noch Fuldi. Und sagen dann... Wir sind doch vorhin direkt in die Mitte gelaufen. Wir könnten theoretisch einfach mal noch in die andere Richtung gehen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, könnten wir probieren. Ja, stimmt. Da waren wir noch gar nicht. Rottenflash. Halt die auch mal lieber... Ja, also, falls Tom, falls die noch minen sind, weiß ich, wo die ungefähr ist. Lapis. Habt ihr Lapis? Ja. Hallo? Ein Stack. Ich hab das dabei. Ja, warte dann hier. Ah, danke. Kannst du das aufstacken? Äh. Hm. Naja. Ich hab ja ein Stack. Kannst du... Ja, dann schweiß nochmal ein bisschen weg. Ja, sie sind sieben. Also, sie... Ja, aber... Scheiße, sie sind sieben. Ist ja gereicht. Die Federn lass ich. Weil ich hab so... Au, ich köpfe Pfeile... Kann mir mal ein bisschen, ähm... Haar, äh... Wollefleisch geben. Also, äh, Schafe. Toll, habt ihr das ganze Fleisch jetzt? Ich hab gar keines. Ja, ich hab auch... Naja, gebraten ein bisschen, mate. Achso. Ja, hier. Uff. Alter. Lass du diagonal jetzt gehen. Ich hab zwei Stück bekommen. Da war wieder der... Kompetente Dude dran. Alter, wie viel Kabel ist hier. Leute, ich brauch... Leute, ich brauch mal mehr Essen. Überraten ein bisschen. Ja, ich hab auch nur drei. Deri. Ja. Das ganze Essen. Sag. Gib mal ein bisschen Essen. Äh, ich hab nur noch das hier. Lama hast du nicht mega viel? Oder habt ihr das alles nicht gebraten? Ja, anschein... Wer hat die... Ich hab das... Ich hab alles reingepackt und befeuert. Hier ist ein bisschen. Okay, Leute. Ja, flann auf die Check. Lass es hier in die Richtung. Wartet. Wartet. Die jemanden hier kommen... Die wollen... Die fahren mit... Die fahren mit Hardcore. Wir müssen halt... Das Ding ist halt... Wir dürften halt nicht zurückhängen. Wir haben so gut vorgelegt... Ja, wo geht ihr denn hin? Ich hab gemeint, dass wir dort links weiter gehen, ne? Das ist ja die Border, oder wie nicht? Na weit... Waren wir denn so weit an der Border? Ich... Ey, du wolltest doch... Ich wollte richtig spawnen. Der Spawn ist da hinten, oder? Ich wollte nicht Richtung spawnen. Wir hatten, wo wir hoch kamen... Sind wir ja nach rechts weggelaufen. Ich wollte nach links weiterlaufen, Alter. Ich würd jetzt spawnen... Ich würd schon spawnen laufen, dann in neue Richtung. Wir haben jetzt eh nicht mehr viel Zeit. Also... Ich bin... Ich wär für spawnen. Ja... Und von spawnen aus dem Neuen verteilen. Wir können ja in Nähter gehen, oder so. Pfff... Ihr könnt das Essen immer mitnehmen. Ja. Also... Jetzt nicht da richtig hin strugglen, aber immer mitnehmen. Da ist noch ne Kuh... Wasser... Ja... Lass sie halt... Im Wasser brauchst du nicht. Aber... So was wir halt so einigermaßen Essen haben. Da hinten ist jemand. Wo? Echt? Da hinten. Wo bist du? Da hinten war jemand. Hier. Zum Spawn ist der gerannt. Okay, dann... Ich bin am spawnen. Echt? Alter, warum seid ihr so schnell? Ach, das ist Lama, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Herzenfakte. Ja, ich seh Lama. Ja, ich seh Lama. Da baut er gar was ab. Nein, der guckt in die Kisten. Die Kisten sind bei mir nicht angezeigt hier. Warum nicht? Richtiger Bug. Ich kann mich noch erinnern, wo wir hier lang gelaufen sind. Sehr stressig, der Start. Warte mal, weiß noch jemand wo Donis Team war? Die standen doch hier, ne? Die standen hier, genau da. Ja, die sind hier lang gelaufen. Dann ist hier hinten, als der erste gestorben ist, da ist Tom nach unten gegangen. Auf jeden Fall. Dann hätten wir sie. Ja, ist schon ganz geil, die zu finden. So überraschend. Und die dann zu klatschen. Ja. Habt ihr eure Hotbar soweit fertig? Ja. Wir sind ja Kobbel unten an dem Baum. Ey, waren wir nicht hier? Ne. Doch, klar. Hier sind wir lang gelaufen. Uff. Keiner. Weißt noch? Wir haben zufällig jemand gesehen, oder? Ne. Wieder Richtung spawnen jetzt, oder was? Und dann nochmal neu verteilen. Wir brauchen eine Richtung, die wir noch nicht haben für Zuckerrohr. Im Westen. Ja, es gibt keins mehr. Safe. Hier sind die ganzen Web rumgegangen. Äh, ich hab daraus gesehen. Was ist da rechts? Wer ist da auf dem Berg? Ich. Flo. Flo war das. Wir haben verkackt dann. Die Frage ist halt, was machen wir jetzt ohne Zuckerrohr? Ich hab Namen gesehen. Wo? Hier unten. Tom. Ja. Zu ganz kurzen Namen. Ich weiß gar nicht. 100% sicher? Nilo Mart wahrscheinlich. 100% sicher. Die sind ja nicht unten, die sind ja oben, oder nicht? Ne, die haben die erst gefunden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hab grad was gesehen. Ungesneakt. Lukas wird eh meinen. Die meinen immer. Dann müssen die hier auch unten sein, aber dann sind die ja mit Tom in einer Höhle. Ne, keine Ahnung. Du bist mittlerweile so klein, wenn die ja nur ein bisschen Strip meint. Kommt dann schon mal vor, dass man sich zueinander meint. Also wir haben schon hart gestript meint. Also, war schon viel. Beobachte trotzdem den Boden mal, weil das war grad echt seltsam. Ich bin nicht sicher, aber ich hab da was gesehen. Denk ich. Kann auch gut möglich sein, mate. Kann echt so gut sein. Das Ding ist halt jetzt die Mitte sinnlos zu belagern. Bringt's halt leider auch nicht. Das ist Schleim, lol. Leute. Ja. Ich komm mal kurz zum Spawn und zeig euch was. Ja, wir sind am Spawn. Wo bist du grad? Lama hat Zuckerrohr. Oh mein Gott, Lama. Was? Oh mein Gott, ich hab's gut. Oh mein Gott, ich mach einen Tante. Pass auf, Tommy, auf. Könnt ihr mich kennen? Oh mein Gott, Lama, warum? Wie hast du's gemacht? Hey, hier lagen drei Stangen rum. 15 Stück hab ich. Drop it, drop it. Drop it. Ich hab grad ein halbes Buch verloren. Alter, wie viel? Uff. Ja, da waren drei volle Stangen. Die waren, hä? Die waren hier sofort. Warte. Scheiße, wie glaub ich im Buch so. Hier waren die, hier waren die. Alles klar. Hab ich, ich hab alles. Ich hab Leder D gegeben. So, Leute, hier. Gönnt euch. Okay, jetzt erstmal ein Schaden. Derry, gib Lapis. Heilt Lapis auf. Äh, hier. Ich brauch auch welche. Ich teile das in... Halt aber auf. Scheiß auf. So, jeder hat 16. Ich hab gar nichts. Wirklich, ich hab gar nichts bekommen. Echt? Da liegt der Zeug. Lol. Einfach drei Stangen rum. Stell, Flo. Ja, hier. Mein Essen. Ich brauch nur ein neues Eis. Warte. Edge hat mir Prost halt, oder? Ich hatte alles. Ich hab eh 17 Level. Das ist ganz geile Schaden. Ey, ich hab bloß eins. Ähm. Da lagen einfach Stangen. Ich hab grad eins. Oh, na. Ich hab meinen Zuckerhoffel. Äh, mein... Ne, alles gut. Ah, ich krieg der Project Protection. Äh. Ähm. Faser-Fordering auf die Boots krieg ich nur. Hatte ich mir noch Eisen für mich? Spinne, 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 spinne. Kann man mir mit Eisen geben? Kann man mir mit Eisen geben? Äh. Ja, warte, warte, warte. Wie viel brauchst du? Vier. Ja, warte mal. Bisschen. Danke. Ihr könnt nämlich... Ich hab auf meinem... Dann könnt ihr andere Sachen stattdessen zaubern. Meine Diashuhe sind zum Beispiel scheiße. Krieg ich Faser-Fordering. Ich hab alle Schutz. Und dann kann ich meine Diashuze. Ich hab auch mein Schwerd-Knockback mit drauf, ne? Ja, dann mach... Ist ja Eisen, ne? Egal. Ich hab keinen Eisen. Ja, ich geb den. Ja, ich geb den. Ich hab Projectile Protection. Ja, ich hab auch Projectile Protection. Ja, ich hab auch Projectile Protection. Hier, Flo, hier zwei Eisen. So, Leute. Hat da deine Amboss? Vielleicht kann ich schon Schapness 2 machen. Ja, ich mach jetzt auch Schapness 2. Okay. Hat jemand noch ein Eisen für mich? Ja. Du... Hier. Da hab ich vorher mich gedroppt. Ich... Ich hab Schapness, ähm... Hier, ich hab Schapness 2. Schapness 2. Schapness 2 hab ich LOL. Doch, Schapness 2. Also direkt Enchanted 2. Perfekt. Auf Level 8, oder das? Level... Ja, hier... Ey, warum krieg ich denn immer Unbreaking und so'n Scheiß? Ja, das ist ein bisschen Enchant... Äh, Enchant... Unlock. Er ist ja vor dem Boot vorher auch nicht mehr so. Du kannst... Müsst nicht lieben, dass du den Schapness 2 abwagst. Warte, ich warte zwei Mal kurz noch. Ach, wenn ich das Gelände kommt, ne? Schapness 3. Schapness 3. Schapness 3. Perfekt. Ich brauch da auch nochmal zwei Schwerte. Ich hätt noch ein Eisen Schapness 3. Okay, wir machen jetzt... Versuchen jetzt alle Schapness 3 die nächste Folge zu machen. Ja, ich krieg safe hin. Ich krieg safe hin. Lass den Nether gehen, okay? Ja, dann... Okay, das ist echt Nether. Ist ne Folge. Ja, ja. Lass dat farm da. Okay, gegen. Oh mein Gott, richtig geil. Den Ambus hab ich noch mitgenommen, Leute. Keine Ahnung. Ne, sauer. Also gut. Immer mitnehmen. Gut. Leute, es war ne spannende Folge. Beziehungsweise, naja, wir haben endlich mal diese scheiß Zuckerrohr gefunden. Ja. Alter. Jetzt kanns abgeben. Ja, jetzt kanns richtig Rambazamba geben. Ja gut. Also, ich würd sagen, schaut mal bei den anderen vorbei. Und wenns euch gefallen hat, lasst ne positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten... äh, sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschau.